Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Runde Above Snakes. Schön, dass ihr da seid. Erstmal frühstücken und dann gehen wir hoch einen Kaffee trinken, beziehungsweise jetzt stoppt einen Tee trinken mit Rose. Das ist das nächste, was ich machen möchte. Und dann schalten wir uns heute mal ein paar Weltstücke frei für die Bahn. Da bin ich auch sehr neugierig drauf. Kleines Frühstückle gönnen wir uns. Ich habe hier einmal die Geschichte und unser Wässerle und nochmal Wässerle. Wir haben ja die Materialien alle, ne? Wollen wir mal ganz kurz reingucken. Weil, also auf der Map ist es angezeigt, als wäre es ein Anfang hier. Als wäre das ein Anfang, den wir nutzen können. Es gibt nämlich hier den Anfang und das Ende. Ich würde mal das Ende auf jeden Fall freischalten, dass wir mal sehen, ob wir damit... Da denke ich mal, werden wir ernten können. Und dann haben wir hier so Kurven, Endstücke. Da ist irgendwas mit drauf hier. Da fehlt mir aber noch ein Kupfererz. Da fehlen mir jetzt noch ein Haufen Kupfererz. Das ist Canyon Wüste. Den Anfang nehme ich an, haben wir oben. Ich würde schon noch gerne eins zwischen reinsetzen. Würde ich sagen, wir gehen mal nach Kupfer schauen, oder? Bevor wir das alles verballern. Achso, das ist ein bisschen weiter raus, gell? Rose, ich muss gucken, wo sie ist. Ob ich da hochreite am besten? Ha, ist schon ein Stück. Ist schon ein Stück. Jo, komm her, wir machen uns... Wir satteln uns Pferd. Das habe ich ja schon geholt. So. Das hat aber super geklappt. Ach, habe ich keine Karotten mehr? Alles klar. Ich dachte gerade, da stimmt doch was nicht. Hier habe ich ja gestern auch so ein Bärchen reingemacht. Habe ich die Karotten alle? Alle verballert? Hau ich gleich neue rein, wenn ich noch welche habe. Hier. So, und einmal Wasser. Wie gesagt, Dünger könnten wir herstellen, aber den brauchst du ja nicht unbedingt. Die ernte ich ebenfalls. Ah, mit Dünger kriegst du, glaube ich, mehr raus, Leute, ne? Ich sehe gerade, dass ich nur zwei Karotten bekomme. Ja gut, die reichen erstmal. Dann mache ich das aber in Zukunft mit Dünger, wenn ich da mehr rausbekomme. Oder wir müssen es mal checken, weil ich glaube, beim Kaffee waren es definitiv vier Teile, die ich bekommen habe. So, jetzt aber, jetzt machst du mit, oder? Jetzt macht es mit. Jetzt ist es dabei. Hammer gewöhnt sich das dann auch gut. Oh, Hundle, Hundle. Das Hundle sucht schon wieder was, Leute. So, wir flitzen jetzt hier kurz am Fond vorbei. Ich kann ja schon mal gucken, ob ich noch irgendwas Wichtiges finde. Vielleicht mal ein bisschen näher hinfahren. Salbei nehme ich mal mit in dem Fall. Salbei, Salbei, ich nehme dich mit. Du bist bei mir dabei. Natürlich jetzt nicht allen, Salbei. Nee, kommt dreh rum, Diggele. Ich will nämlich eigentlich hier so... Das ist zwar kein Kupfer, aber ich nehme es trotzdem mit. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Da ist ein Kupfer. Das würde ich mir jetzt noch kurz holen, weil ich es gerade gesehen habe. Was haben wir denn auf der anderen Seite da? Das ist nochmal Kohle. Die lasse ich jetzt im Moment stehen. Kupfer wäre wichtiger. So, da hinten ist nochmal eins. Die zwei Kupfer holen wir uns. Dann gehen wir den Tee trinken und dann bauen wir uns mal ein oder zwei von den Teilen auf. Ich will ja gucken, was es für Erze sind, wo ich sie herbekomme, wie ich sie dann abernten kann, wie viele es sein werden und so. Ja, den da nehme ich noch mit. Ja gut, da könnte ich jetzt auch jede Menge Kohle farben. Aber ich glaube, da haben wir sogar schon einen kleinen Vorrat. So. Das war die Geschichte. Jetzt gehen wir zu Rose. Gehen wir hier lang. Rose, wir kommen. Wir wollen mit dir einen Tee trinken. Das ist nicht Rose. Da unten ist Rose. So, Lema. Da fährt schon einen Haufen Mats rum. Wo ist denn die gute Rose? Das war ihr Bruder. Ich glaube, die war hier drin, oder? Oder war die bei ihrem Vater drüben? Die war bei ihrem Vater drüben. Gehen wir nochmal rüber. Sind wir mal gespannt. So, Rose. Hast du die Zutaten für den Tee schon zusammen? Ja. Lass uns mal sehen. Danke, dass du sie besorgt hast. Zusammen mit meinen Zutaten kann ich den feierlichen Ritualtee zubereiten. Sie mischt alle Zutaten in einem großen, kochenden Topf und füllt einige Tassen ab. So. Das wär's. Ein wundervoll duftender und ganz besonderer Tee. Nimm dir ruhig eine Tasse. Jetzt hat er da Mais geklaut. Du, Rose. Wo hast denn du den Tee jetzt vorbereitet? Kehre jetzt zur Rose und trinke den Tee. Hat sich so angehört. Habe ich den jetzt? Ne, das ist das Tonikum. Hat sie mir den jetzt schon gegeben? Oder hätte ich den noch irgendwo auf... Ne, ah, da steht er. Ich blinde die. Okay. Au, es ist wieder sowas. Und die Erde bebt. Was steht da? Trail, irgendwas, ne? Mal gespannt. Das war letztendlich schon so. Jetzt. Willkommen, Ayana. Ich bin froh, dass du mich aufgesucht hast. Wer ist sie jetzt? Wer bist du? Mein Name ist Koda. Und ich freue mich, dich kennenzulernen. Genau wie du hatte ich eine lange Reise hinter mir, bevor ich dich hier sah. War ich schon mal hier? Dieser Ort kommt mir auch so bekannt vor. Ja, wie der andere sieht ein bisschen aus, ne? Da war nur, glaube ich, ja doch, hier ist auch die Uhr. Obwohl ich viele Dinge tun kann, in deinen Verstand kann ich nicht schauen. Deine Geschichte gehört dir und nur dir alleine. Wir alle müssen unsere eigenen Wege gehen und uns manchmal zu ungewöhnlichen Orten begeben. Und was genau sieht vertraut an mir aus? Ah, du siehst aus. Wild Mojo oder Moji oder wie haben wir sie genannt? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Was ist, soll ich nicht immer bleiben? Was ist, soll nicht immer bleiben, in Gedanken und im Geiste. Okay. Hast du vielleicht einen Rat für mich? Hm, suchst du nach Führung, Mädchen? Führung gibt es in vielen Formen. Davon kann ich dir nur ein paar wenige anbieten. Ist es Führung durch den Raum, die du suchst? Oder in der Zeit? Mach mal mal Raum. Ich suche Führung durch den Raum. Eine interessante Bitte an einem Ort wie diesem. Ich kann dir sagen, dass du deinen Raum erweitern und deine Umgebung verändern sollst. Aber das war dir bereits bewusst, nicht wahr? Beinarbeit, was? Beinarbeit für dich, Holz und Stahl für andere. Ich habe sie gesehen, wie sie so schnell durch das Lange geflossen ist. Durch das Lange geflossen ist? Die andere hatte was gesagt von, man muss aufpassen, die die Dinge bewegen, gell? Nur Stahl und noch mehr Stahl, kaum noch Natur. Es macht die Seele traurig, nicht wahr? Was meinst du? Es tut mir leid, wenn meine Worte für dich keinen wirklichen Sinn ergeben. Vergib mir. So wie die Zeit und Raum Dinge bewegen, so tut es auch mein Geist. Ja, es macht mich schon ein bisschen traurig. Du hast ein gütiges Herz, Ayana. Etwas passiert. Es gibt mehr Dunkelheit in der Welt. Grabend, krallend, greifend. Aber vielleicht ist es auch schon passiert. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Ein Geist, der überall gleichzeitig ist und dabei auch nirgendwo. Aber ich kann Ihnen zwei Dinge geben. Worte der Führung und ein Fragment der Antwort. Nach der du suchst, nimm dies, da es dich auf diesen Weg leitet. Und meine Worte würden dir raten, dass du weit entfernt von hier suchen sollst. An den Orten jenseits der hölzernen Häuser. Dort, wo Stahl auf Holz trifft. So die Menschen auf Stahl reiten. Also hat es wieder mit der Dings zu tun, oder? Denke ich mal, mit der Rail Corporation. Mysteriöses Fragmentehalten. Das ist das zweite, ne? Willkommen zurück, Ayana. Du bist kurz eingenickt. Wie war die Erfahrung? Ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Einen interessanten Traum von einer Art Höhle. Eine Höhle, sagst du? Hm, das ist seltsam. Ich erinnere mich, wir wohnen aber in einer Höhle irgendwie, ne? Ich erinnere mich, dass ich einmal, nachdem ich den Tee getrunken hatte, von einer Bergspitze geträumt habe. Aber nie von einer Höhle. Dieser Tee ist wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Ich hoffe, du hattest ein tolles Erlebnis. Du wolltest nach Corpse Creek, oder? Du hast uns so viel geholfen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist dir zu sagen, wie du dort hinkommst. Von hier aus musst du einen Canyonpass durchqueren und dann liegt Corpse Creek direkt dahinter. Es ist nur ein paar Monate entfernt, aber als ich das letzte Mal dort war, musste ich vor einer Horde dieser, naja, Dinger fliehen. Sie müssen aus Corpse Creek kommen oder gekommen sein oder so. Ich habe viele dieser roten Fässer da draußen gesehen. Vielleicht haben die Bergleute sie dort gelassen. Da du den Vorarbeiter kennst, weiß er vielleicht einen Weg, dir zu helfen. Ansonsten kannst du sie auch direkt angreifen, denke ich. Finde den Canyonpass. Rede mit Mr. Mann optional. Rottet die Horde verlorener Seelen aus. Rose hat mir erzählt, dass ich den Canyon durchqueren muss, um nach Corpse Creek zu gelangen. Die Stadt ist von einer Horde verlorener Seelen überrannt worden. Vielleicht kann mir der Vorarbeiter der Mienfirma einen effektiven Weg zeigen, wie ich sie schnell auslöschen kann. Ansonsten werde ich bestimmt auch alleine mit ihnen fertig. Neues Weltstück. Das wird der Canyon sein. Jetzt habe ich noch ein Buch eingesammelt beim Rausgehen. Hast du gesehen? Okay. Der Mr. Mann, der wohnt doch hier. Komm, wir gehen mal zu Mr. Mann geschwind. Wenn wir gerade hier sind. Das war der dritten, glaube ich. Der Mr. Mann. Das ist der Bergarbeiter. Dann müsste er jetzt theoretisch ja wieder mit uns reden. Hallo, Mr. Mann. Hm. There's four. Hallo. Das sind sie ja wieder. Was kann ich für sie tun? Frag ihn nach dem Pass. Ich habe von einem Canyonpass nicht weit von hier gehört. Kennen Sie diesen? Na klar. Sie meinen den Weg zu Corpse Creek. Richtig. Wir haben ihn mit Sprengstoff präpariert. Aber ich habe Ärger mit dem Bürgermeister bekommen. Das hat uns eine ganze Aktion leider etwas verzögert. Ich habe diese roten Fässer schon mal gesehen. Wofür benutzen Sie die? Bam. Fässer mit TNT. Wenn Sie wollen. Murmelt. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Firma, der diese Worte aussprechen kann. Trinitrotoluol. Trinitrotoluol. Ach, die Worte meint er. Ich habe sie extra ausgespart, weil ich drauf geguckt habe aufs Wort und da habe ich gedacht, hm, lass mal weg. Alles, was Sie und meine Jungs wissen müssen, ist, dass Sie einen großen Bums machen. Warum, fragen Sie? Der Canyonpass ist voller verlorener Seelen. Vielleicht kann das TNT ein wenig helfen. Der Pass ist voll von diesen Dingern, was? Nun, das ist ganz, das ist gar nicht gut. Ich schätze, Sie können unsere Fässer benutzen. Es ist ja für einen guten Zweck und so, aber bitte genießen Sie diese wundervolle Explosion auch richtig. Sie können sie erschießen oder einen Detonator benutzen, wie die dort auf dem Tisch. Sie können sie erschießen, ich nehme an, der meint auf die Fässer schießen, oder diesen Detonator benutzen, der auf dem Tisch liegt. Verbinden Sie einfach mit einer Zündschnur und drücken Sie den Hebel. Und wissen Sie was? Ich mag Sie, Fräulein. Ich gebe Ihnen einen Detonator. Kleines Geschenk der Rocky Road Mining Corporation. Viel Spaß jetzt. Der Detonator ist das hier, ne? Hat er mir jetzt einen gegeben oder nicht? Jo, er hat mir einen gegeben. Mit einer Lunte und etwas TNT verbinden, um es ordentlich knallen zu lassen. Okay. Also werden wir halt den Pass bauen müssen, ne? Nun gut, Leute. Jetzt würde ich aber als erstes vielleicht mal diese zwei Minenstücke freischalten und gucken, was wir für den Canyon brauchen, ne? Man, da liegen doch Erze, aber die will er mir nicht geben, ne? Jetzt gehen wir mal heim. Finde ich gespannt. Jetzt bin ich ihr spannend. Ne, heute graben wir mal nicht. Agave habe ich ja gebraucht für den Tee. Den haben wir erledigt. Die Geschichten. Oh, ich laufe jetzt gerade mal kurz rüber. Kann ich noch ein bisschen Zeugs einsammeln. Das wird jetzt eh bald Nacht. Und noch ein bisschen Salbei mit. Für die eine Dings brauchen wir nämlich Salbei. Mensch, hier hätte ich doch schon längst mal eine Verbindung schaffen können, oder? Lass mich mal kurz gucken. Was habe ich denn hier? Wüste. Das ist Wald, aber sowas haben wir nicht, gell? Wir haben praktisch kein Stück Wüste auf Ebene auf Wald. So ein Dreierding habe ich hier, aber glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ne, ist immer alles. Es sind immer zwei verschiedene. Das heißt, hier kann ich im Moment gar nicht rüber. Es sei denn, ich habe Canyon auf Ebene. Ne. Doch Canyon. Ne, geht nicht. Geht nicht. Gut, dann laufe ich außen rum. Müssen wir halt irgendwann mal anpassen, wenn man das will. Wobei, durch diesen ersten Spieldurchgang weiß man natürlich jetzt ein bisschen mehr. Und wenn man das nochmal machen würde, so ein Durchlauf, dann kann man das schon mal im Vorfeld so ein bisschen... Weil wenn es gar keine drei Weltarten in einem Stück gibt, dann muss der ja ganz anders aufbauen. Ich rechne halt immer die ganze Zeit, damit das kommt noch. Was will er denn dafür? Herr Kopp, ich schalze mal frei den Pass. Der Pass nach Corpse Creek. Gut. Das ist das eine. Dann haben wir hier das Ende und zwischen das Ende und dem Anfang würde ich gerne... Das eine hier hat mich so ein bisschen gepfugt, weil das würde ich gerne freischalten. Wo ist denn das? Das hier. Das hat hier irgendwie ein Fass auf dem Hügel und das hier hat nur ein Auslöser. Ich würde mal das freischalten. Jetzt habe ich es nicht mehr drauf. Warte mal, ich gehe mal kurz nachher. So, lass mich mal kurz gucken. Das war dieses hier, ne? Ich muss kurz niesen, Leute. Alter, Alter. Die Frage ist, ob sich dieser Schräge verbinden wird, wenn ich hier runterbaue, weil ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich den mal da hinsetze und ich nehme mir dann eine Kurve noch. Den Canyon setzen wir natürlich dann auch. Hier kommt die Kurve hin, hier das Ende. Das geht leider nicht. Und dann setze ich den mal da oben hin. Dann ist Corpse Creek... Oh ja, jetzt habe ich die Horde gesehen. Ein Weltstück können wir noch setzen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob diese Kurve überhaupt geht. Scheiße, sag mal. Doch, das hier ist sie, ne? Ganz ehrlich, ich muss nochmal Mats holen, aber das würde ich dann auch nochmal... Ne, ich kann es. Ich habe das gesetzt, das heißt, ich brauche jetzt eigentlich... Die hier, ne? Ich weiß halt noch nicht genau, für was diese Ausläufer sind. So, pass auf. Jetzt gucken wir es uns mal an. Bam. Hast du gesehen? Der Wienwagen ist gefahren. Also er müsste jetzt, wenn alles klappt, wenn es irgendwie klappt, müsste er doch jetzt normalerweise hierher fahren. Und hier mache ich dann das Endteil rein. Das Endteil haben wir freigeschalten, aber ich brauche nochmal Weltenstücke, ne? Das heißt, ich würde jetzt mal ganz kurz mit euch die besorgen heute. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und da ich ein bisschen Fisch brauche... Weizen könnte ich auch wieder holen. Jetzt gehen wir mal da runter. Ich glaube, die eine Angelstelle habe ich schon gemacht. Wir waren heute den gemütlichen. Ja, hier habe ich schon. Wenn ich jetzt aber mal kurz den hier stelle... Bis ich wegstellig bin, ist er halt schon weg. Es gibt ja auch einen Deckerlern, oder? Ja. So, dann haben wir hier nochmal einen Zinn. Komisch, jetzt ist es wieder nachgespawned. Das habe ich die ganze Zeit vermisst, wenn ich hier rumgelaufen bin. Gut. Da habe ich auch gehangelt. Hier dürfte eigentlich nochmal für uns was sein. Jo. Jo, ist das super. Dann wird es jetzt gleich Nacht. Hat das geklappt? Ja, ich hole mir es gleich, Diggerler. Vielleicht kriege ich ja da auf. Punkte. Oh ne, beim Angeln kriegst du gar nichts. Mache ich das jetzt gleich morgen früh dann, oder? Immer noch ein paar Bärchen mit. Wir haben ja schon die Hälfte vom Balken. Das ist super. Na ja, dann haben wir auf jeden Fall zwei Dinge. Einmal dieses Korps Creek Thema mit dem TNT. Und einmal die Bahn. Gucken, ob wir unsere Ärzte bekommen. Für ein Blaubeidtörtchen. Oder für Muffins wahlweise. Jo, guck mal. Das geht halt schnell. Also jetzt mit der Schnellreise. Durch die Tatsache, dass man Möhrchen selber anpflanzen kann fürs Pferd. Würde ich die ganze Map komplett anders ausbauen. Weil ich habe alles versucht am Anfang ein bisschen dicht zu halten. Beieinander. Jetzt mittlerweile baue ich durchs Pferd ja auseinander. Aber wir sind zum Beispiel hier in dem Moment, wenn es hier Weltstücke geben würde, sag ich mal Prärie, auf Ebene, auf Wald oder so. Also immer drei Welten. Dann würde man es wieder anders bauen. Aber da habe ich bis jetzt noch kein Stück gesehen. So, ich koche noch kurz das Zeug durch. Dann setzen wir dieses Weltstück. So, warte mal. Ich muss erst den Fisch. Ich habe doch einen Fisch gefangen, oder? Muss ich nicht. Gehen wir erst mal ins Bett. Ich bin jetzt auf die Bahn gespannt. So, da ist sie wieder zurück, die Gudele. Denkst du daran, dass du kein... Also der Mund fühlt sich trocknen an dein Frühstück erst mal. Hier. Das hat schon mal geklappt. Fischler habe ich hier noch eins. Und da habe ich die ganzen Spieße. Die habe ich gerade gesucht. So, noch einen Schluck Wasser. Ähm, Dünger. Ja, komm mal. Wir machen mal ganz kurz eine Runde Dünger. Weil ich was probieren will. Ob es jetzt wirklich einen Unterschied macht. Aber ich glaube schon, ne? Würde mich eigentlich da nicht getäuscht haben. So, pass auf. Die... Die sind fertig. Die ernte ich. Das war ohne Dünger. Zwei Möhrchen, ja? So. Ich pflanze die nach. Wässer. Und düngen. So, das machen wir auch gleich noch. Das fällt. Ne, bis auf dem. Auf dem muss er. Gartenparzelle. Schmörchen. Wässern. Düngen. So, wir gehen zurück auf die Map. Hier brauchen wir das Endstück, ne? Das Endstück möchte ich da noch setzen. Pass auf, wo haben wir das gehabt? Ähm, das müsste es sein. Bergbahn Ende. Ah, jetzt habe ich die Sammelstelle gesehen. Wollen wir gleich mal rüber? Beziehungsweise, doch, Canyon machen wir morgen und TNT das Thema. Jetzt gehen wir noch rüber. Und gucken uns das mal an. Ding, 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 ding. Tja, der hat uns auf jeden Fall in der Nase rumgeführt. Mit seinem. Oh, Schwefel. Geil. Mit seinem, ich hau hier ab und so, ne? Er wird nie gehen. Mr. Jones ist für immer hier. Ja, nimm mal mit. Kannst du gleich wieder einen neuen Dünger machen. Genau. So, Leute. Müsste jetzt doch normalerweise gefördert werden bis dahin, oder? Jo, da liegt auch tatsächlich ein Erzklumpen drin. Aber nur einer halt. Stückle Kohle. Hier ist geschlossen, sagt sie. Da war noch ein Schlüssel drin. Ähm. Ja, aber für Stückle Kohle sind wir ja jetzt nicht. Jetzt noch Lehm. Lassen wir da hinten reinlaufen kurz. Vielleicht muss ich es jetzt nochmal ankicken, ne? Einen Ding haben wir ja noch aufgehoben extra. Da stehen noch die... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Gupfer-Erz. Okay, aber ich sehe jetzt keine neuen Pflanzen oder sowas, ne? Kohle hat es hier nochmal jede Menge. Die baue ich jetzt ab, sonst komme ich nicht durch. Vielleicht war das einfach nur ein Begrüßungsgeschenk. Wir müssen es wirklich nochmal neu anstoßen, ne? Da ist Kupfer. Oh, das sieht auch so aus, als ob wir die Weichen selber irgendwie umstellen können da oben vielleicht. So, Kupfer habe ich eingesammelt. Wir laufen mal die Schienen weiter entlang. Es wird jetzt schon wieder Nacht, gell? Wenn du recht guckst, kannst du da vielleicht oben drauf. Weil da stehen ja auch überall diese roten Fässer, ne? Ich wüsste jetzt aber im Moment noch nicht wie. Und was uns halt auch noch fehlt... Oh, geil, da ist ein Haufen Kupfer drin gewesen. Was uns auch noch fehlt... Ist Draht, ne? Okay, und jetzt sind wir... Da fährt gerade der Wagen. Ob der für uns ist? Ich lauf mal hin. Hier ist auch irgendwie das Gefühl, als ob man hier noch aufmachen muss. Guck mal. Ist ja geil. Das ist ja cool. Ist das eine Schlange gewesen, die ich nicht gesehen habe? Hier ist auch nochmal eins. Ey, der Wagen fährt jetzt wieder zurück. Eventuell kann aber jetzt... Doch, da hinten liegen, Ärzte, ich sehe es gerade. Ey, das ist ja eine Schlange. Ich kann die auch mit der Spitzhacke, siehst du? Liegt das Stückle Kohle außen? Nee. Wie komme ich denn in das Kohlestück? So. Okay, sehr schön. Komm, wir gucken mal, wie viel das ist. Jetzt liegt es nach mehr aus. Was haben wir? Kupfer, ne? Zwei Kupfererze, Leute. Und da wir jetzt noch unterwegs sind, jetzt gehen wir nochmal zum Kollege, zum Backman. Und stoßen nochmal eine Ladung an mit dem letzten Törtchen, das wir noch haben. Hier ist auch noch eine Kiste. Da hinten ist auch nochmal eins. Machen wir jetzt auch noch auf. Cool. Schön, wie das aussieht, ne? Also da könntest du dir wirklich eine coole Welt zusammenbauen. Wenn. Also in meinem Fall jetzt, wenn man viel Tinte hat. Problem ist nämlich, ich habe am Anfang halt jetzt alles mal ein bisschen kreuz und quer gesetzt, bis ich im Spiel drin war. Und jetzt alles umzubauen, mal gucken. Super, so, frage ihn, wie die Mine funktioniert. Bitte ihn, mit der Arbeit zu beginnen. Möchten Sie was in der Arbeit? Wintermuffin-Törtchen. Sie haben ja gar nichts dabei, kommen Sie einfach wieder. Au, habe ich das gegessen? Ne, Blaubeertorte ist es, ich hält. Au, Leute, dann habe ich die falsche gegessen. Okay, ist recht, weiß ich Bescheid. Shitty, ich habe das alles weggefuttert. Gut. Viel, viel cooler ist. Hm, sie haben ja gar nichts dabei. Hat sich schon voll gefreut aufs Winterbärchen-Törtchen. So, Leute, jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz den Kartografie-Tisch. Das mit den Erzen ist okay. Okay, demnächst, wenn ich mal wieder Törtchen habe oder so, kicken wir es dann nochmal an. Und ich bin natürlich jetzt gespannt, wie wir das mit der Horte machen, mit dem Dynamit und alles. Und ob das mit den Dingen geklappt hat, mit unseren Karotzkis. Die sind aber noch nicht fertig, oder? Hier sind die alten Karotten, ne? Das waren die mit, das waren die, wo immer zwei rauskamen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich weiß nicht, jetzt habe ich genug Knochen schon gesammelt. Weil letztens habe ich, glaube ich, auch Knochen verkauft. Mal irgendwann. Reich genau für einen Dünger. So ist recht. So. Machen wir es gleich hier auch nochmal. Jo, dann erntet die mal. Nö. Lass das Beet mal eben frei. Karotzke. Weserle. Dünger. Achso, jetzt gerade sehe ich es nebendran. Das Feld blinkt. Jetzt werden wir es sehen. Drei Karotten. Mit Dünger war das hier. Ohne Dünger zwei, ne? Ja gut. Mir fällt nur gerade auf, die Beete kosten, wenn man da viele baut, halt schon viel Wasser auch, ne? Und der Brunnen sponsert ja immer nur einen Trinkerle am Tag. Hier wo, vielleicht kommt irgendwann eine Bewässerungsanlage. Sehr schön. Wieder was erreicht. Ein kurzes Frühstück. Dann gucken wir nochmal in den Tisch. So, lass mich gucken. Wir haben... Ich muss wieder Fisch besorgen oder irgendwas. Oder wir machen uns Brot oder sowas. Oder Popcorn. Ja, ist jetzt egal. Besorge ich uns auf morgen. Jetzt will ich da mal kurz reinlinsen. Also... Ne, im Prinzip könnte man jetzt die Bahnteile freischalten. Wüste auf Canyon. Das neue Dings haben wir gebaut. Ranch und Maisfeld. Ne. Also geht's dann der Dings weiter an der Hortestelle hier oben. Hier geht's weiter. Da können wir dann morgen mit dem Pferd rüber. Das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Okay, jetzt gucke ich nochmal einiges durchgeschwind. Nicht, dass ich irgendwo was vergessen habe oder übersehen habe. Aber ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich... Naja, also das haben wir alles einmal hergestellt. Da dürfte kein Rezept mehr uns überraschen. Hier fehlt noch was. Das wird es dann sein. Das haben wir von Stahlfollen gehört. Ich nehme mal an, dass wir da irgendwie in die Stahlproduktion kommen. Wir könnten uns noch einen Ring aufbauen. Hier fehlen aber auch noch ein Haufen Rezepte. Hier fehlt noch eins bei Handarbeit. Ich nehme fast an, das wird der Draht sein. Oh, was ist denn eigentlich mit Ihmchen hier? Wollen wir mal so eine Falle aufbauen einfach, dass wir sie auch mal gesehen haben. Ich kann die ja... Das wissen nicht, dass mein Wölflein dort reinläuft. Wo ist denn die jetzt? Bei Ressourcen? Ach, weil ich den gerade frisch hergestellt habe. Alles klar. Hier ist sie. Ich mache die mal auf die 5. Platzieren. Ich platziere sie mal hier. Muss ich die scharfen machen oder so? Bin ich jetzt erschrocken, Alter? Ich bin ein Stückle zu nah hingelaufen, wie du gesehen hast. Ist die jetzt weg? Bin ich jetzt erschrocken gerade? Ich grubbel immer nur. Ich habe die doch eingesammelt. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ich habe die Matz 1a zurückgekriegt, weil ich gar nicht... So, nochmal. Köder für Fleischfresser hinzufügen. Ein Fleisch oder für Pflanzenfresser? Sag mal, machen wir mal R. Jetzt liegt ein Mais drin. Weiß ich natürlich nicht. Geh du mal da weg, die Kerle. Mich hat es fast zerropft. Kann natürlich auch sein, dass man die dann entsprechend an der im Wald auslegen muss, wo dann auch Rehe sind und so. Aber es gibt ja viele Spiele mit Fallen, wo die Falle trotzdem irgendwas macht, auch wenn kein Tier drüber läuft. Aktiv. Weißt du, wie ich meine? Deswegen hier mal gesetzt. Kann man ja wieder einsammeln. Schauen wir einfach die Tage mal rein. So, Leute, dann gehe ich rüber. Dann bin ich gespannt, wie wir uns morgen im Canyon schlagen, was da auf uns wartet. Da freue ich mich schon drauf. Ich gehe jetzt nochmal kurz vielleicht ein bisschen was verkaufen und Fisch besorgen oder so, sodass wir morgen dann auch gestärkter hoch können. Bin sehr, sehr gespannt. Bis dann.